Herzlich willkommen zu einer weiteren Form von BioPipapo. Ja, ihr kennt das Spiel bestimmt schon. Ich hab's ja oft genug gespielt jetzt. Ich hoffe, ihr spielt auch bald mit. Ich ist auf jeden Fall absolut geil. Und das ist echt cool. Heute mal eine neue Team-Defend-Schunde. Heute wieder mal unsere zweitlieblings-Lap. Map, würde ich sagen. Die spielt ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und ich liebe es. Es geht schon so heiß her, hier. Hallo? Oh, mal hallo, meine Schnuckelis. Guck mal, da rennt sie schon raus, ja? Yo. Was ist hier los, Alter? Boah. Alter. Hier liegt schon einer. Einer Geschichte. Sechs schon mal zu zweit. Unsere Kollegen, unser Team ist saugut anscheinend. Ach so, halt, Freunde. Wo sind denn die, unser Team? Alter. Oh, was ist hier los, Alter? Alter. Kann ich auch mal einen abkriegen, vielleicht? Hä? Hier, komm, komm. Leider lassen wir mal was hier. Ich möchte auch mal wieder was machen. Äh. Das war auch nicht so geil. Boah, Alter, das ist ja mega krass. Was ich schade finde, dass zu wenig Spiele hier mitspielen. Also, hm. Das finde ich nicht so schade, aber... Boah, der übelst. Boah, Alter, der hat ja richtig reingehauen, Alter. Boah. Alter, ich kriege ja richtig vor... Alter, ich kriege ja richtig vor der Klappe, Alter. Richtig vor die... Richtig vor die... Okay, alles klar. Hol's, Dickie. Hau, wau, wau. Boah, Alter. Was war denn das? Alter, Lego mio. Da rein, oh. Aber es müssen auch schon nicht viele Dolgen spielen. Ich kriege nicht ein für die Linse, Alter. Ich bin ein Freund. Ich feine. Boah, der hat ja richtig reingehauen. Der hat ja richtig reingehauen, Alter. Ich hab null Punkte. Was? Das geht mal gar nicht. Boah, ne. Kannst vergessen. Das ist doch der Wahnsinn hier, Alter. Aber 50 hab ich schon mal. Einen hab ich schon mal. Punkt. Ist ja das Absurd. Boah, leider richtig reingehauen. Boah, wo kommt denn der her? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung, Alter? Um der Ecke. Was ist denn das? Hä? Hä? Lol. Ja, der hat ja schon... Oh, 20, Alter. 20, Alter. Lecko mio. Alter. Ah, du kleiner. Er hat ja schon gewartet, bis ich um die Ecke kam, oder so. Ja, nice. Ah, der hat ja auch ordentlich gelitten, der Typ. Ordentlich gelitten haben die alle hier. Meine Herren. Ich bin echt stolz jetzt, Leute. Das sieht nicht gut aus. Boah, ich kriege nur vor die... Ich kriege nur vor die... Vor die... Vor das Mündlein. Hey, Ruhe jetzt hier. Ja, ist ja klar. Boah. Boah. Boah, Alter. Ach. Los geht´s, war ja voller Waller, da stehen überall, boah der Pumpt, so schlecht kannst du nicht reagieren, was macht´n der, achso, die haben übelste Reaktion, was habe ich denn jetzt gemacht, Mensch, bin ich denn dämlich, Alter, was ist denn das, oh, Alter, Alter, die haben ja übel, halten ja übelvieh aus, ja, nice, Wo sind die denn noch hier, ich müsse erstmal langsam reinkommen ins Spiel, Boah, Alter, Junge, wo kommst denn du nur her, überall sind die, Alter, Alter, wer war denn das schon wieder, Junge, 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 Alter, da liege ich sogar noch, Aulder, Boah, wie denn das, Alter, wie hat er denn, der mich so schnell auseinandergenommen, oder war das ne Waffe von uns, oder von dem Feindlichen, das hab ich noch nicht ganz gerafft, Alter, Ne, die müssen so schnell, Oh, Boah, Boah, ich muss in Munition, Leute, ich muss nachladen, Boah, der hat richtig reingehauen, Boah, Leck mich, Alter, leck mich, Alter, Boah, Boah, ich springe hier mal, Boah, Alter, Niederlage, Leute, abgelost, Arm ablosen, mega, oh, trotzdem geile Runde, mega, Sam cham,